Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Blow Dragon. Wir haben im letzten Part dieses Schafvolklager hier etwas genauer inspiziert, beziehungsweise mit all den komischen bärchenhaften Gestalten gesprochen und haben hier irgendwie ein unglücklich getrenntes Paar wieder zusammengebracht. Stellt euch jetzt bitte so ein total kitschiges Herz vor. Und ja, wir haben aber eigentlich eine ganz andere Aufgabe, denn wir sollen in den Wald der Toten aufbrechen, um dort eine Pflanze zu suchen. Habt ihr gerade gesehen, wie das Bärngesicht hier gerade so das ganze Bild ausgefüllt hat. Toll, jetzt kriege ich das nicht mehr hin. Doch jetzt, guck mal, ist das süß mit den Knopfaugen. Wartet mal, hier gab es doch irgendjemand, der hat uns auch gesagt, wie diese Pflanze hieß. Also wenn das die ist, aber ich denke mal schon, genau, das Garbo-Blatt. Ja, der sagt uns zwar, dass das Garbo-Blatt verweckt und tot sei, aber hallo, das Spiel sagt, dass das unsere nächste Aufgabe ist. Also ist das unsere nächste Aufgabe und dann hat dieses Blatt auch nicht verweckt zu sein. Ich hoffe einfach mal, dass wir das noch in ganzen Stücken antreffen werden, denn hat alles einen ziemlich ernsten Hintergrund, denn wir müssen immer noch die DW, das Volk von Manomaro, befreien von einer bösartigen Krankheit, die über die Leute hergefallen ist, hereingebrochen ist. Und da haben wir ihn, meine lieben Leute. Ich glaube, das wird wieder ein sehr, sehr düsterer Dungeon werden und ein sehr, sehr düsterer Part. Also ich finde das sowieso total erstaunlich, dass dieses Spiel zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr oft sehr düster und irgendwie traurig und bedrückend anmutet, dafür, dass die ganzen Figuren hier alles so ein bisschen kindlich aufgemacht sind. Oh, guck mal, da hinten kämpfen schon wieder irgendwelche Gegner gegeneinander oder das sieht einfach nur so aus. Was sind das denn für lustige leuchtende Bommel? Du untersuchst leuchtende rote Pflanze. Das Moos scheint zu leuchten. Du fühlst dich merkwürdig, wenn du es ansiehst. Oh ne, jetzt sagt bloß wieder, das führt hier zu irgendwelchen blöden Zustandsveränderungen oder so. Und noch sah das ganz gut aus. Ah, guck mal, da ist noch so ein leuchtendes Ding. Achso, das kann ich gar nicht hin. Na gut, na gut, na gut. Kann man ja nicht wissen. Jetzt habe ich das wenigstens mal ausprobiert. Obwohl, eigentlich hätte ich das schon erkennen müssen, als ich hier reingelatscht bin. Ich habe keinen blassen Schimmer, Leute, was wir jetzt hier für Gegner erwarten können, das... Oh. Hier sollen wir die Pflanze finden? Beschwer dich nicht. Los! Ich beschwer mich ja gar nicht. Ich finde sie schon für dich, Manomaru. Auf jeden Fall eher als Jiro. Warum muss Shu immer aus allem gleich ein Wettrennen machen? Tja, also ich glaube auch, dass Shu das schneller findet als Jiro. Aber ich will ja jetzt hier nicht wieder Öl ins Feuer gießen. Irgendwie kapiere ich hier die Szenerie noch nicht so ganz. Dann haben wir irgendwelche so komischen Wolfsviecher, die wir, glaube ich, schon kennen. Genau, aarsfressender Wolfsgeist. Und guck mal, da ist ein grünes Skelett. Ich habe ja immer so ein bisschen die Befürchtung, dass Skelette... ...ja, irgendwie ganz schön stark sein könnten. Es ist zumindest in vielen Spielen so, wo man erstmalig auf Skelette trifft, auch wenn der schon fast ein bisschen putzig aussieht. Und jetzt wird das Skelett wahrscheinlich den Wolf niederringen. Andersrum? Habe ich das gerade richtig gesehen, dass dieser Wolf... Alter, der Wolf, der hat jetzt einfach das Skelett für uns aus dem Weg geräumt. Ich dachte eigentlich, dass dieser... Ach so. Oh, okay. Ich glaube, Leute, wenn... ...wenn wir jetzt das Skelett getötet hätten, wäre das gar nicht so einfach gewesen. Das ist ein Trick, den ich nicht mal mehr annähernd irgendwie in Erinnerung habe. Aber wir sind ein paar Mal aufgestiegen in der Stufe. War also gar nicht so verkehrt. Großer Saphir. Ich habe auch gar nicht darauf geachtet, um ehrlich zu sein, wie viel Erfahrung die gegeben haben. Aber ich würde die gerne nochmal kombinieren. Hallo, nicht fliehen. Ja, guck mal, deswegen hat mich das ja so gewundert, dass der das Skelett angreift, obwohl die so schwach sind, dass die sogar vor uns fliehen. Aber warte mal, bei diesem Skelett kriege ich einen Überraschungsangriff hin. Das wäre doch gelacht, wenn nicht... Ah, Hilfe, guck doch nicht immer hier hin. Ich bin nur ein kleiner Bengel. Ich schmecke nicht gut und mich aufschützen macht auch nicht so Spaß. Ach Mann, ey, das habe ich den, glaube ich, nicht. Nee, der wendet sich mir zu. Ach, schade eigentlich. Aber dann könnt ihr mal sehen, dass die gar nicht so einfach sind, wie dieser Kampf gerade hat vermuten lassen. Ich werde mal erst mal gucken. Ach so, ja, okay. Sonderlich viel halten die nicht aus. Ich hatte die irgendwie ein bisschen stärker in Erinnerung. Aber vielleicht verwechsel ich das Spiel auch wieder mit irgendeinem anderen. Wäre nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert. Aber... Oh, Jiro hat eine neue Fähigkeit. Weiße Magie, Level 4. Hm... Ja, ich bin immer noch am überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre. Ein bisschen was an Schatten hin und her zu switchen, damit ihr auch die eine oder andere Attacke vielleicht noch zusätzlich lernt. Ich muss mal eben ganz kurz was schauen, denn ich habe den Tipp bekommen, dass es vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre, wenn er sowas hier lernen würde. MP wiederherstellen. Oder das mit der MP-Erhöhung. Aber ich würde... Ach nee, ich lasse das erst mal so. Ich meine, noch habe ich ja keinen MP-Mangel oder irgendwas in die Richtung. Ich habe gerade, wie ich merke, viel eher ein Problem damit, dass ich mich hier wahrscheinlich wieder verlaufen werde. So, von da sind wir gekommen. Kann das sein? Genau, diese Blume hier, in Anführungsstrichen, diese leuchtende Bommelpflanze, die haben wir schon abgesucht und wir haben jetzt nämlich nicht alles täuscht. Zwei oder drei Wege? Ist ja auch noch ein Weg. Nee, also haben wir zwei Wege. Hm, was können wir denn hier absuchen und was nicht? Ich denke mal, dass diese Gegner uns jetzt nicht angreifen werden. Also wenn die schon vor uns fliehen, dann wären die ja irgendwie schön blöd. Es leuchtet leicht rötlich. Die MP für alle erholen sich leicht und die TP fallen ein bisschen. Finde ich jetzt irgendwie nicht so toll, um ehrlich zu sein, aber wenn die sagen ein bisschen oder wenn die schreiben ein bisschen, dann meinen die in der Regel auch ein bisschen. Oh, das sieht da hinten sehr weitläufig aus. Da sind auch irgendwelche Schmetterlingsviecher, wie ich gerade so aus dem Augenwinkel gesehen habe. Aber guck mal, da hinten hängt so ein komisches, rotes irgendwas. Nicht, dass das so ein Indiz dafür ist, dass wir da auf dem richtigen Weg sind oder so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll wäre, die zu töten. Ich glaube, ich lasse die aber erstmal einfach. Ja, ich wollte gerade sagen, warum untersucht er das denn nicht? Also scheint uns hier nicht viel zu bringen. Ich frage mich gerade, ob die Pflanzen nicht generell so den Zweck erfüllen, dass die unsere MP halt befüllen, aber unsere TP sinken lassen. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, die allererste rote leuchtende Pflanze, die wir hier abgesucht haben, die hatte irgendwie... Achso. Äh. Hatte irgendwie einen anderen Effekt. Was war denn das? Ich frage mich gerade, ob wir davon... Ne, okay, das ist ein Item. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, dass sich das hier vielleicht um einen Gegner handeln könnte, aber ist ja Gott sei Dank nicht so. Ist das etwa das Pendant zu den klassischen Schätzen? Passiert irgendwas, wenn uns das auf den Kopf fällt? Wahrscheinlich fällt das immer schon runter, bevor ich dort hingegangen bin oder hingelaufen bin, um das auszutesten. Also ja, ich wollte gerade sagen, ich laufe jetzt natürlich Gefahr, dass ich mir jetzt überall hier meine TP wieder runterpurzeln lasse, aber auch diese Pflanze hat gezeigt, dass da durchaus ein unterschiedlicher Effekt dranhängen kann, beziehungsweise, dass wir hier durchaus auch manchmal irgendwas finden können. So, der Dornzweig, der macht mich jetzt irgendwie nicht so an, aber das sieht hier ziemlich sackgassig aus. Zumindest lässt die Truhe das so ein bisschen vermuten. Ich denke aber, dass man die Bäume auch absuchen kann, aber irgendwie ist dem nicht so... Oh, Backe, ey, ist das hier verworren. Oh Mann, ey, ich würde mir jetzt einen Überraschungsangriff gelingen. Kannst du dich vielleicht einfach mal so ganz dezent umdrehen und mir den knochigen Popo entgegenstrecken? Vielen Dank. Ja, ich glaube, jetzt war das ein Überraschungsangriff. Das sah sehr gut aus. Er hat sich diesmal nicht im letzten Moment umgedreht. Sehr schön. Diesmal haben wir sogar zwei. Ich glaube, wenn die jetzt nicht so komisch verdreht wären, beziehungsweise uns den Rücken zudrehen würden, ich glaube, dann hätten wir auch mal gesehen, wie das ausgehen kann, wenn die uns angreifen. Oh, vielleicht werden wir das jetzt auch sehen. Nee, ich glaube, Shiro macht das jetzt. Tja, liebe Leute, also wenn das hier weiter so ratzfatz vorangeht, dann werden wir vielleicht gar nicht sehen, was die so an Schaden austeilen können. Wird das auf jeden Fall nicht provozieren und traurig bin ich auch nicht. Ich hoffe nur, dass ihr nicht traurig seid, aber wer weiß, vielleicht greifen die irgendwann mal im Dreiergespann an oder so. Ich glaube, dann komme ich da kaum drum rum, ein bisschen Schaden zu fressen. Also ich hoffe, dass es nur ein bisschen Schaden sein wird. Was war das? Hallo? Achso, okay, die graben sich ja offensichtlich irgendwie durch den Boden durch. Wir haben übrigens immer noch Regenbogenzyklonen. Wir haben immer noch, oh man, da geht es ja immer noch weiter. Da hinten hatte ich aber auch noch einen Weg. Jetzt bin ich verwirrt. Ey, sowas mag ich ja nicht. Sowas wollte ich machen. Ich wollte gucken, was der Regenbogenzyklon bewirkt. Wonach klingt das denn? Klingt das nach etwas, was wir hier finden? Und selbst wenn wir tun, es hier nicht finden. Ja, wir tun es hier nicht finden. Genau. Hier vielleicht. Ja, da haben wir es. Verhindert einen Angriff. Einen oder was? Das heißt, er setzt dann eine Runde aus, wenn ich das einmal nehme. Oder geht das dann auf die ganze Gegnerreihe oder nur auf einen einzelnen Gegner? Da ist mir die Präzision ingehm manchmal etwas, äh, etwas zu oberflächlich. So mein linkes Nasenloch juckt irgendwie, ganz komisch. So. Tja, Leute, soll ich jetzt hier weiter oder soll ich erstmal zurück und den anderen Weg abchecken? Ich habe ja irgendwie das, also ich kann mir nicht vorstellen, ne, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier sowohl links als auch rechts eine Sackgasse haben. Und wenn ich zweimal, also einmal so einen Einzelweg habe und einmal so eine Weggabelung, dann gehe ich mal davon aus, dass der Einzelweg womöglich der falsche ist. Also hoffe ich jetzt einfach mal. Habe ich hier schon die ganzen, ja, habe ich durchsucht, aber ich habe mir trotzdem immer irgendwie die Befürchtung, hier irgendwas auszulassen. Aber ne, da haben wir alles abgesucht. Guck mal, das hier könnte doch so ein komischer Schmetterlingshain sein. Hain sein. Warum kann ich denn das nicht? Hallo, Schuh, kannst du mal bitte die beiden Bommel hier anfassen? Verstehe ich nicht. Warum kann ich denn die Pflanze nicht durchsuchen? Jetzt sagt bloß, ich bin hier irgendwie schon mal gewesen, nur von der anderen Seite oder so. Auf jeden Fall bin ich hier sehr verwirrt. Oh nein, hier ist schon wieder eine Weggabelung mit zwei Wegen. Boah, ist doch ätzend hier. Warum kann ich nicht alle, ich wollte alle drei Motten in den Kampf entwickeln und das ist mir nicht gelungen. Okay, machen wir die halt einzeln. Soll mir auch recht sein. Du blöde, all dem Modde. Wow. Ich glaube, brutaler kann man so ein Insekt nicht aus dem Weg räumen. Also im Real Life würde ich mich das ja nicht trauen. Aber ja, ich glaube, so ein blauer Drache hat jetzt nicht so die Angst vor irgendeiner Motte, die hier irgendwie rumfliegt. Und Klug hat einen neuen Rang erreicht. Oh, und guck mal, die hinterlassen sogar Kacka. Ich hoffe mal, dass das Häufchen auch noch da ist, wenn ich jetzt die hier aus dem Weg geräumt habe. Guckt mal, wie schön das Kackhäufchen vor sich hin schimmert. Ich wette, der Haufen ist weg. Und ich wette, ich wette, da war was voll Tolles drin. Hab bestimmt jetzt alles hier irgendwie total verhauen. Oh, ein Niedermain reicht. Sehr cool. MP wiederhergestellt. Ja, das ist der Wald der MP-Wiederherstellung. Egal, was wir hier tun, ständig stellen sich unsere MP wieder her. Warum auch nicht? Ich glaube, das ist so eine unterschwellige Aufforderung dazu, dass wir irgendwie mehr zaubern sollen oder so. Ich glaube, ich habe hier in diesem Part noch gar nicht gezaubert. Ist aber der Tatsache geschuldet, dass die Gegner jetzt ja auch nicht so schwer sind. Guckt mal, da ist das Kacka weg. Oh, Kacka weg, Truhe da, oder was? Ich wollte trotzdem sehen, was in dem Häufchen ist. Jetzt bin ich traurig. So, wartet mal, von hier bin ich hergekommen, ne? Ja, ich sollte wieder versuchen, mich ein bisschen an der Minimap zu orientieren, aber eigentlich finde ich das auch wiederum ganz cool, dass man hier nicht so viel absuchen kann. Nein, jetzt stinke ich aus dem leuchtenden Moos, spritzt etwas heraus, deine MP erholen sich aber, du stinkst nun. Schuh, ey, geh dich mal waschen, ey, ist ja voll eklig hier. So, nee, keine Ahnung, der Gestank, der nervt mich, weil dann kann ich, glaube ich, Gegner irgendwie nicht mit einem Überraschungsangriff überraschen. Ha, mit einem Überraschungsangriff überraschen. Ohrring des Todes, klingt doch mal sehr vielversprechend. Wer auch immer den bekommen wird, Ohrring des Todes, erhöht magische Abwehr und MP. Ich glaube, Schuh war auch derjenige, der am wenigsten magische Abwehr hatte, weil der braucht auch MP halt irgendwie nicht so, ne. Ach nee, guck mal, Manomaro hat am wenigsten, Manomaro braucht irgendwie auch keine MP, aber ich glaube, ich gewichte jetzt trotzdem, ähm, ja, die magische Abwehr halt ein bisschen höher, geht halt ein bisschen auch nach oben. Ja, ich mach das jetzt einfach, ist wahrscheinlich so für den ganz normalen Otto-Normalspieler voll sinnfrei, was ich hier tue. Aber guck mal, jetzt haben wir auch den Wasserohrring zur Verfügung, der erhöht wiederum Abwehr. Wer hat am wenigsten Abwehr? Wahrscheinlich Giro, ne? Ja, da war ich intuitiv schon ganz richtig und die magische Abwehr wird damit auch erhöht. Joa, warum nicht? Aber, äh, Zubehörteile sind richtig geil, darüber freue ich mich irgendwie am meisten in dem Spiel, weil, ähm, ja, irgendwie bringen die uns jedes Mal was. Außer an diesem einen Ort da, bevor wir in diese Unterwasserhöhle gegangen sind, wisst ihr noch, da haben wir irgendwie so ein, guckt mal an des Dingsbums irgendwas gefunden. Ey, was seid ihr denn? Komm ich da überhaupt hin? Das sieht irgendwie, oh, oh, hab ich mich grad erschrocken. Ha, 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 das könnte euch so passen, ne? Komm ich jetzt hier durch? Ne, ich komme hier nicht durch, ich kann die auch nicht bekämpfen und ich kann die Truhen auch von dieser Seite nicht, aua, auch nicht öffnen, na, das ist ja frech. Ist ja richtig frech, aber immerhin haben wir eine Sackgasse. Guck mal bitte nach unten, ey, Wege über Wege. So, wartet mal, ich gehe jetzt hier trotzdem erstmal alle Wege ab. Ich hoffe, dass mir das Spiel irgendeinen Indiz gibt, wenn ich hier irgendwie richtig bin. Ah, guck mal, da ist eine Brücke, ich glaube, da bin ich richtig. Also jetzt wirklich, ich glaube, die Brücke ist, ähm, ist der richtige Weg. Das heißt, ich laufe jetzt dann doch erstmal alle anderen Wege ab. Also an die Brücke erinnere ich mich noch ein ganz kleines bisschen und deswegen gucken wir mal, was hier noch so an Alternativen zur Verfügung steht. Sag mal, habe ich hier alle Bommel durchsucht? Irgendwie das Gefühl, als wenn dem nicht so wäre. In dem Bommel hier bin ich doch noch nicht gewesen. Hä? Irgendwie kapiere ich nicht, wie ich mich hinstellen muss. Ich darf, glaube ich, nicht laufen. Ich glaube, ich darf nicht im Laufen, das geht aber, an anderen Stellen geht das. Normalerweise kann ich gegen irgendwas laufen und das dann durchsuchen, nur bei diesen komischen Leuchtedingern nicht. Warum leuchtet denn das manchmal rot und manchmal gelb? Habt ihr das auch gerade gesehen? Oder bin ich einfach nur farbenblind? Das sah gerade aus wie Schuhshose. Ach, keine Ahnung. Irgendwie verwirren die mich. Die haben die Entwickler doch nur eingebaut, um irgendwie komische Leute wie mich zu verwirren. So muss das sein. Aber die sind auch ein ganz gutes Indiz dafür, um zu erkennen, ob wir schon irgendwo gewesen sind oder nicht. Ich wette nämlich mit euch, dass... Ja, kannst du dich mal verkrümeln? Oder... Uah! Alter! Alter! Ich dachte, ihr flieht immer. Was geht denn mit dir ab, ey, Alter? Willst du Dresche oder was? Ich schlag ja eigentlich... Ja, hm. Es war echt so mega sinnvoll und heroisch, dass du mich jetzt angegriffen hast, du blöder Wolfgeist. Wirklich, ist überhaupt gar keine Zeitverschwendung oder so. Ja, genau. Verkrümmel dich aus dem Erdloch oder in dem Erdloch, aus dem du hergekommen bist. Jetzt wollte ich hier mal irgendwie halbwegs zielvoll beleidigen. Da misslingt mir auch das. So, ich glaube, hier waren wir schon mal, Leute. Zumindest hier in diesem... Ja, ich glaube... Achso! Ne, damit haben wir, glaube ich, einen Kreis gerade geschossen. Dann ist das nämlich der einzige Weg, den ich jetzt noch hier begehen kann. Ach, und der mündet auch in eine Sackgasse. Na, das passt doch. Ach, guck mal. Und die Ratte, die ist irgendwie total mutig. Die ist aber auch irgendwie schon uralt und die werden wir wahrscheinlich auch onehitten. Ja, also irgendwie sind die Gegner hier nicht sonderlich stark. Also vielleicht kommt jetzt noch irgendwas. Ich meine, wir sind ja gerade mal am Anfang des Waldes. Aber, ja, bis jetzt würde ich sagen, so ein paar Gegner aus der Konserve, wenn ich so auf die Ratte gucke und auf diesen komischen Wolfgeist. Und ein Skelett. Ist jetzt bisher nicht so spannend, ne? So von der Gegnervielfalt. Aber, ähm, wie gesagt, bevor ich jetzt hier diesen Ort aburteile, was ist das denn? Ach, guckt mal, da ist diesmal doch ein Gegner vom Baum gehopst. Menschenfresser Eichel. Ja. Ich lasse das mal unkommentiert. Aber die ganzen, ähm, wie sieht das denn aus? Was soll das denn darstellen zum Teufel mit euch, Leute? Was ist das? Ne, auf jeden Fall, äh, bin ich immer wieder verleitet bei diesen kuriosen Namen, die hier, äh, die Gegner so tragen. Wow, da ist der Jiro aber böse gewesen. Hat das etwa was mit dem Namen zu tun? Ist da vielleicht jemand eifersüchtig oder so? Nein. Ich war auf, Jiro anzupöbeln. Äh, ich wollte ja eigentlich mal... Irgendwann hatte ich doch beschlossen, dass ich nett sein wollte zu Jiro. Irgendwie fällt mir das jedes Mal schwer. Aber der hat in diesem Part auch, äh, schon wieder etwas, äh, verbal zum Besten gegeben. Das heißt, eigentlich ist schon wieder mein Pöbelkriterium erfüllt. Ich sag ja immer, solange Jiro die Klappe hält, ist er ein guter Jiro. Aber sobald er irgendwie sein Mäulchen aufmacht, fange ich an ihn zu disliken. Nur, ha, voll der eklige Anglizismus. So, äh, ach so, ja, immer wieder das Gleiche. Das ist irgendwie total komisch, oder? Diese Blumen, die haben ja irgendwie zu 80, 85% immer das Gleiche. Also so immer TP-Senkung und, äh, MP-Befüllung. Aber, ja, wirklich draufgehen tun wir da trotzdem nicht dran. Aber ich find's cool, dass ich jetzt hier nochmal hingelaufen bin. Ein paar schicke Truhen können wir hier nämlich noch plündern. Und jetzt ist hier schon wieder so ein Riesengebiet. Okay. Ach, guck mal, da ist eine Grone, äh, eine Grone. Ich wusste grad nicht, ob ich Große oder Grüne sagen wollte. Da wird dann einfach mal eine Grone draus. Eine große. Ih, was hab ich jetzt gerade dieses Matsch-Geräusch gehört? Ach, so war ich hier. Ih! Warum bin ich denn vergiftet? Was ist denn jetzt kaputt? Woran lag das denn? War das jetzt... Hä? Okay, ich muss ja nicht alles verstehen, ne? Ich weiß nicht, lag das jetzt daran, dass ich jetzt hier in irgendwas Giftigem laufe? Oder kam das jetzt von der Pflanze? Das hab ich irgendwie noch nicht so ganz begriffen. Äh, Heidvergiftungen. So, stinken können wir von mir aus noch. Hat jetzt bisher nicht so den mega fetten Nachteil für uns gebracht. Ich heim mich mal eben mit einer Medizin. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich jetzt nicht auf irgendeinem Untergrund laufe, der automatisch zur Vergiftung führt. Aber diese Pflanze da hinten ist definitiv böse. Der werde ich mich so schnell wahrscheinlich nicht annähern. Es sei denn, ich vergesse, dass sie böse war. Also, ich weiß ja nicht, was Jiro jetzt hier so genau wütend macht. Aber der hat schon wieder einen Critical Hit gelandet. Also, der ist momentan hier voll der Gegner-Basher, ja. Ach, guck mal, da klemmt ein Gegner. Ach, warum hab ich den denn jetzt nicht in den Kampf mal mitverwickeln können? Das verstehe ich ja nicht. Also, ich meine, diese Gegner sind ja auch total einfach. Aber ich lasse euch hier trotzdem noch mal drin, weil wir haben diesen Kampf ja bisher nur einmal gesehen gegen die. Aber an sich hätte ich eigentlich nichts dagegen, wenn hier auch mal so der ein oder andere... Ach so, guck mal, die halten doch ein bisschen was aus. Ich hätte ja jetzt schwören können, dass Shuru... Ah ja, okay, Manomaro kontert. Die sind ja alle irgendwie ein bisschen aggro in diesem Wald, habe ich das Gefühl. Aber am meisten Angst habe ich ja vor Jiro, ne? Weil der hat jetzt zwar kein... Okay. Das klingt irgendwie nicht so gut. Das sieht irgendwie cool aus. Weniger Verteidigung. Na gut, damit kann ich leben. Solange dieser Effekt jetzt nach diesem Kampf wieder weggeht, ist das für mich in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob man das auch durch so ein komisches Symbol irgendwie sieht, dass sie jetzt weniger... ähm, weniger Defense hat. Aber es sah jetzt so auf den ersten Blick nicht so aus. Na gut. Da, warte, da. Da ist die blöde Pflanze. Da ist die blöde Pflanze, um die wir einen ganz weiten Bogen machen. So, bist du jetzt ein Item oder ein Gegner? Nein, du bist ein Gegner. Hä? Okay. Und das war's. Schon wieder sind das drei gewesen von diesen Menschenfresser-Eicheln. Und, ähm, damit quasi fast identisch zu dem letzten Kampf, den ihr euch ja noch angucken konntet. Oh, guck mal, was ist denn da für eine pink-lilane Wolke? Kann mich gerade irgendwie für nicht für eine Farbe entscheiden. Ja, und hier kommen wir wohl immer noch nicht durch, ne? Sagen die dazu wieder irgendwas? Nö. Der toucht da mal einmal gegen. Aber guck mal, ey, wenn ich mir dann noch vorstelle, dass diese ganzen Dinger an den Bäumen womöglich ausschätze sind, vielleicht, das sind alles Gegner. Na, guck mal, das ist auch so komisch kreisförmig angeordnet. Das sieht so aus, als ob man von diesen Dingern, die da am Baum hängen, überfallen wird, wenn man sich der Truhe nähert. Ne? Also, klingt jetzt vielleicht wieder ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber ich traue ja den Entwicklern meistens immer nur Böses zu. Da ist irgendwas mit einer ziemlich dicken Waffe vor diesem komischen, ähm, Giftnebel. Nein, hier ist auch eine Brücke. Ja, wenn wir zwei Brücken haben, dann weiß ich natürlich nicht, welches jetzt das Richtige und was das Falsche ist. Ah, da war ich, okay, das ist aber ein ganz normales Skelett, da brauche ich eigentlich keine Angst zu haben. War das andere auch ein violettes Skelett? Ich glaube, das andere, war das nicht grün? Bin mir gerade nicht sicher. Werden das aber vielleicht sehen. Ich glaube, nämlich dieses andere Skelett hat zwei Schläge maximal. Ne, okay, wir haben jetzt den stärkeren Kontrahenten. Der hält immerhin drei Schläge aus. Es sei denn, wir hatten die letzten Male irgendwie Glück, als wir gegen die Skelette gekämpft haben, aber ich glaube trotzdem, der andere war grün oder das andere war grün. Ich merke mir ja auch nie, was wir an Erfahrung kriegen. Das wäre vielleicht ein ganz gutes Indiz gewesen, um das so ein bisschen auch zu messen und zu monitoren. Okay, Geist des Holunderbaums. Zurück, bring mich zurück, wo ist meine weltliche Gestalt? Ja, keine Ahnung, was das damit auf sich hat. Wahrscheinlich müssen wir jetzt diesen Wunderbaum irgendwie finden. Achso, und ich wette, wenn wir den gefunden haben, dann kriegen wir vielleicht auch unsere Pflanze. Ich wette, genau, ich wette, der Baum, der ist irgendwie so voll tot und verwelkt und so und an diesem Baum wachsen bestimmt diese Pflanzen und wenn wir den Baum zurückbringen, was auch immer, der meint wahrscheinlich seine Seele oder so, dann kriegen wir auch unser gesuchtes Blättchen. Aber wir gucken erstmal, was wir auf der Seite noch finden. Da hinten sehe ich ja schon wieder so, Freundchen, diesmal wirst du mich jetzt hier nicht irgendwie blöd von der Seite anmachen oder mich erschrecken. Der hat mich ja nicht von der Seite angemacht. Der hat ja beim letzten Mal einfach frontal angegriffen und fand ich trotzdem mich nett, dafür, dass das so ein feiger Bengel ist, der mal dazu neigt sofort zu flüchten. Ja, für mich ist das schon ganz schön provokant, während wir hier einfach nur unserem Waldspaziergang nachgehen. Das muss ja nur auch nicht sein. So, und schon hat einen neuen Rang erreicht. Das finde ich doch mal gut. Ich weiß immer noch nicht, auf welchem Rang ich da vielleicht wieder ein bisschen umdisponieren. Guck mal, hier liegt ein Pilz. Seht ihr das? Sieht voll komisch aus irgendwie. Ich kann es nicht absuchen, das sieht trotzdem irgendwie aus wie so ein Ding, was man einsammeln kann. ich glaube, wenn ich da in diesen Nebel reinlatsche, dann sind wir irgendwie, oh, erdarmreif, sehr schön. Hallo! Seht ihr das? Grün, sage ich doch. So, jetzt kommt mir gerade die Kamera irgendwie sehr ungelegen. Hallo, ein bisschen so schnell, Freundchen. Kannst du dich mal umdrehen? Komm, zeig mir wieder deine hübsche Rückenansicht, zeig mir deinen hübschen, knackigen, knochigen Rücken. Nein, du sollst nicht so tun, als ob du mich angreifst. Du sollst mir deinen Rücken zuwenden. Ach, weißt du was? Ich schaffe dich auch so. Ja, der war Pipifax, der hat sich zwei Motten noch zur Verstärkung geholt. Also, bitte setzen sie das Verstärkung in Anführungsstrich. Also, wirkliche Verstärkung war das nicht. Schwer geht ja schon irgendwie ein bisschen anders. Ich hatte irgendwie Bock einmal zu demonstrieren und auch zu prüfen, ob wir wirklich vergiftet werden. Ich habe dann, ach, ich probiere das jetzt einfach. Ach, die sagen irgendwas, okay. Moment, das ist kein normaler Nebel. Wir sollten vorsichtig sein. Okay, also kann ich jetzt doch durchlatschen oder was? Okay. Ah ja, habt ihr gerade gesehen, ich bin vergiftet. Oh, aber wir bekommen Erfahrung? Ja, keine Ahnung, kriegt man mal Nomaro. Ja, finde ich irgendwie uncool, dass wir jetzt hier vergiftet sind. Vor allen Dingen Gift ist hier in diesem Spiel richtig fies, weil, wir mit jedem Schritt wirklich ziemlich viel an Energie verlieren, wie ich finde. Also es gibt ja Spiele, wo dieser Gift-Effekt gar nicht so tragisch ist und wo man dann eher so dazu neigt, so ein Weilchen mit dieser Vergiftung zu leben, aber hier ist das einfach nur nervig. So, da hinten haben wir jetzt irgendwie einen riesigen Geist. Ich habe keine Ahnung, ob der optional ist, ob uns das Spiel... Achso, wir kommen hier eh noch nicht durch, oder? Ne. Okay, das heißt, damit haben wir, glaube ich, nur noch einen einzigen Weg, was mir auch ganz gut in den Kram passt, muss ich sagen. Ich werde jetzt mit einem Auge trotzdem noch mal so ein bisschen auf die Minimap gucken. Ne, wartet mal, hier haben wir jetzt zwei Wege. Achso, dieser Weg, der ist durch die Barriere versperrt, alles klar. Habe gerade wieder nicht auf den Spielebildschirm geguckt, sondern nur beide Augen auf die Minimap unten rechts gerichtet. Mal gucken, ob ich den Weg jetzt irgendwie noch hinkriege. Achso, ich habe ja nur noch einen Weg. Wie ich gerade überlege, wo ich lang laufen soll, obwohl ich nur einen Weg habe. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Genau, diese Ecke habe ich nämlich gesucht. Von hier sind wir gekommen. und ich weiß nicht, ob es noch einen kürzeren Weg zur Brücke gibt, aber hier kommen wir auf jeden Fall zu besagter Brücke, deswegen latsche ich den jetzt mal entlang und hier müsste ich eigentlich auch richtig sein. Och ne, komm Kumpel, ist das jetzt nicht dein Ernst, oder? Du weißt doch ganz genau, dass du das nicht hinkriegst. Warum provozierst du mich denn, Mann, ey? Also ganz ehrlich, die Kämpfe gegen die Viecher sind so kurz. Ich glaube, wenn ich nochmal so einen komischen, ich vergesse mal wie die heißen, Aas, Fresser, Geier, Wolf, Geist, irgendwas, irgendwas mit Aas und Fressen und Wolf und Geist, glaube ich. Ja, weil jedes Mal, wenn ich so einen Kampf hier bestreite, dann dauert der irgendwie keine zehn Sekunden. Ich glaube da, oh, guck mal, jetzt haben wir drei von denen, Gott sei Dank nicht von den Violetten. Das könnte auf jeden Fall etwas brenzliger werden. Ich glaube, wir brauchen nämlich zwei Schläge von jedem, aber der linke müsste jetzt eigentlich weg sein. Sehr schön. Das heißt, jeweils noch einmal auf die anderen verbleibenden raufkloppen und dann müssen wir das hinkriegen. Also wie gesagt, ich könnte natürlich auch zaubern, aber das ist hier so einfach. Also ich bin sogar so strunzenfaul, das muss man sich mal überlegen, um ins Zaubermenü zu gehen. Ich finde die Situation gerade sehr bequem, dass ich mal einfach nur den Gegner aussuchen muss, den ich umhauen möchte und dann passiert das auch ohne großartige Schwierigkeiten. Guck mal, da hinten ist schon wieder so ein großer Geist. Ich weiß nicht, ob das der gleiche ist, den wir da vorhin gesehen haben. Ach guck mal, von dieser Mittelinsel gehen ganz viele Brücken ab. Okay, das ist hier wieder ganz schön Sonderberrinte Alarm, wie ich finde. Oh Backe, du siehst sehr groß aus, Kumpel. Du siehst groß und gefährlich aus. Grinsender Geist. Grinsende Gegner mag ich ja prinzipiell nicht, da befürchte ich immer, dass die zurecht grinsen, aber guck mal, der ist echt, weiß nicht, ob ich den witzig oder gruselig finden soll, weil der hat keine Augen, wirkt in Kombination mit seiner komischen Fratze ja irgendwie schon furchteinflößend, aber irgendwie hat der auch fast niedlich ist, weil der so ein bisschen treu-doch vor sich hin gerinnt. Okay, der richtet auch ein bisschen mehr Schaden aus als seine anderen Mitstreiter hier. Wollen wir mal ein Feuerchen ausprobieren? Ach, probieren wir das einfach mal, ich kriege das bestimmt, doch, ich habe das Timing-mäßig glaube ich doch ganz gut hinbekommen. Sehr schön eigentlich, zumal, achso, ne, schade, ich dachte, der Clou kommt jetzt noch zum Einsatz mit ihrem Zauber, aber da ist der gute Giro schneller gewesen, jetzt bildet er sich bestimmt total was drauf ein, der denkt sich jetzt bestimmt so, ich habe Clou jetzt so unglaublich imponiert, jetzt wird sie zu mir halten und mich vergöttern und ja, ähm, okay, wartet mal, ich muss jetzt mal ganz kurz versuchen, mir den Überblick hier irgendwie wieder aufrecht zu erhalten, wir sind von hier gekommen, oder? Sind wir von hier gekommen? Ja, wir sind von hier gekommen, das heißt, wartet mal, das heißt, da bin ich noch nicht gewesen, ich habe da übrigens gesehen, dass irgendwas Leuchtendes im Baum finden, ich habe gerade irgendwie die Befürchtung, dass das womöglich schon unser gesuchtes Item sein könnte, auch wenn mir das ein bisschen früh erscheint, so kann ich die Pflanze durchsuchen, ohne dass ich vergiftet werde, okay, ich bin nicht vergiftet worden, wäre auch sehr, sehr ärgerlich gewesen, wenn man bedenkt, dass uns das jetzt hier gerade überhaupt nichts gebracht hat, aber es kann natürlich auch sein, dass wenn ich das da einsammle, dass dann vielleicht das Gift hier verschwindet, wisst ihr, diese ganzen komischen, hässlichen, niedernen Giftwände, aber ich gucke mich glaube ich trotzdem hier erstmal um, beziehungsweise inspiziere mal so ganz grob, welche Wege ich hier einschlagen kann und wo die mich letzten Endes hinführen, also das hier führt in ein wirklich extrem verseuchtes Gebiet, aber irgendwie sieht dieser Nebel oder dieser Dampf auch ziemlich cool aus, Schwindelfreisalbe, okay, guck mal, da hinten ist eine Truhe, mitten in diesem ganzen Ekelgebiet, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwann in diesen Wäldern, diesen Nebel loswerden können, ich habe nur keinen blassen Schimmer wie, so, ich hoffe jetzt erstmal einmal rum, warte mal, ich glaube, die Pflanze hier habe ich noch nicht mitgenommen, hallo, guck mal, er hat gerade voll geleuchtet, es hat gerade voll in ihm reingeleuchtet, guck, warte, jetzt kriege ich das wieder nicht hin, ne, keine Ahnung, warum er die nicht absuchen will, wahrscheinlich habe ich die schon abgesucht und habe das nur wieder vergessen, okay, ich glaube, dann kann ich das da einsammeln, ich muss da jetzt auch irgendwas einsammeln können, denn ansonsten habe ich hier, glaube ich, auch gar keinen Weg mehr über, schauen wir mal, huch, oh, genau, meine gestohlene Seele, achso, die, die wir gefunden haben, ich verstehe, wie kann ich dir jemals danken, ich würde alles tun, ist wahrscheinlich eher ein männlicher Baum, aber, ah, okay, der Wasserpegel im giftigen Sumpf ist gesunken, ahem, cool, es tut mir weh, wenn ich daran denke, dass du meine Seele gerettet hast und ich nur so wenig für dich tun kann, gibt es etwas, was ich für euch tun könnte? Wie wäre es, wenn du uns erzählst, wo wir eine Gabu-Pflanze finden? Eine Gabu-Pflanze, sagt ihr, davon wachsen viele im Innersten des Waldes, aber durch den giftigen Nebel kommt ihr da niemals hin, wie schade, was sollen wir denn dann tun? Ja, aber richtig, die Frage, lieber Schuh, okay, der Nebel kommt von einer Maschine im Norden, vielleicht könnt ihr sie anhalten, ja, das würde ich auch mal ganz stark hoffen, kommt hierher zurück, wenn sich der Nebel verzieht, ich werde euch dann sagen, wo die Gabu-Pflanze wächst, okay, kann es sein, dass die sich ein bisschen lustig über uns gemacht hat, beziehungsweise der Baum wegen diesem, wie schade, das habe ich ihm irgendwie nicht so ganz abgekauft, dass er das wirklich schade findet, aber gut, vielleicht unterstelle ich dem Bäumchen hier auch wieder Sachen, die gar nicht zutreffend sind, okay, also hier kommen wir nicht hin, wer weiß, vielleicht werden wir hier irgendwann die Gabu-Pflanze auch finden, na, oder hier auf dem Weg, ne, weil hier ist halt auch immer noch der Nebel, ich glaube, wir haben demnach nur noch einen Weg, es gab hier, glaube ich, eine einzige Brücke, die so ein bisschen im Wasser versunken war, ja, und ich glaube, das war die hier, ach, guck mal, oh, guck mal, wie viele Thun wir jetzt erreichen, da ist eine, da ist eine, und da links ist eine, ich habe jetzt drei, ne, vier zähle ich sogar, da hinten, das nehme ich noch eine, warte, möchte ich mal eben kurz gucken, ob wir noch mehr Wege haben, auch wenn der schon ganz gut aussah, weil der so ein bisschen, ja, in so eine Sackgasse geführt hat, so, da hätten wir noch einen Weg, und da, ich weiß gar nicht mehr, ob der Pegel uns vorher den Weg versperrt hat, ja, hier hat uns der Pegel definitiv den Weg versperrt, das heißt, wir haben jetzt zwei Wege, kann natürlich sein, dass ich jetzt hier den richtigen schon einschlage, ach nee, wisst ihr was, ich gehe erstmal den anderen entlang, weil beim anderen sind so viele Truhen gewesen, wisst ihr, da habe ich irgendwie so das Gefühl, dass das, dass das, genau, dass das vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen sackgassiger sein könnte, so Belohnungsprinzip mäßig quasi, für genaues Prüfen und Absuchen und die Gegend erkunden und überhaupt, so, diese beiden, äh, nehme ich mir mal eben schnell, und ich habe schon wieder bei diesem komischen, äh, Rädchen, also bei diesem komischen, äh, wo man dann drücken muss und dann irgendeine Verbesserung bekommt, habe ich schon wieder MP erhöhen bekommen, ja, also irgendwie, äh, spendiert mir hier, dieser Wald nichts anderes, ich habe hier irgendwie momentan totales Händchen für, ach guck mal, da liegt irgendein Totenschädel, mega Unsichtbarkeits-Elixier, okay, damit hätte ich ja irgendwie fast rechnen können, ach, guckt mal, da wollte ich euch gleich rausschneiden, weil ich dachte, äh, ähm, ist sowieso, äh, wieder nur so ein Standardkampf, aber wir haben jetzt hier einen Schützengeist mit drin, und, äh, ob die stark sind oder nicht, weiß ich noch nicht, weil ich es nur, dass die ziemlich frech sind, weil die irgendwie, äh, uns immer beschießen, sowohl hier aus der hinteren Reihe, als auch, äh, draußen in der Welt sozusagen, und, okay, Feuerkugel sah gerade irgendwie stärker aus, als sie ist, also mit drei Schadenspunkten kann ich leben, auch wenn Manomaro jetzt brennt, wobei ich immer die Auswirkungen von den ganzen Zustandsveränderungen so im Einzelnen nicht kenne, um ehrlich zu sein, so, ich würde mal sagen, it's magic time, wir probieren das jetzt einfach mal mit Wasser, und ich werde das auch mal nicht aufladen, ich hoffe, dass die vielleicht gar nicht so viel Energie haben, ja, und ich lag richtig mit meiner Vermutung, das ist doch mal sehr schön, das heißt, die ärgern uns wahrscheinlich einfach nur, die sind eher so der, der klassische Ärgergegner, als der klassische, schwere Gegner, also mich nerven die irgendwie im Kampf hier weniger, als, ähm, als hier draußen, ist das jetzt, guck mal, da ist nämlich wieder ein Kopf, ich glaube, überall wo ein Kopf liegt, da kommt auch so ein komisches Skelett wieder raus, ähm, das heißt, ich probiere mich mal hinten zu positionieren, ach, guck mal, das ist ein violettes Skelett, das, äh, werde ich jetzt auch mal mit euch zusammen aus dem Weg räumen, und, ach, so, guck mal, der hat jetzt hier auch so eine kleine, ähm, ja, so eine kleine Armee von Grünskeletten, äh, um sich gescharrt, finde ich ja mal nicht so freundlich, aber ich glaube trotzdem, dass wir das jetzt hier ohne Probleme hinkriegen sollten, und, ähm, ich kann mir jetzt mal den Luxus gönnen und ein bisschen zaubern, ich meine, ähm, wir haben sowieso genügend MP, und sobald wir dieses Gebiet hier verlassen haben, werde ich, äh, wahrscheinlich sowieso wieder auf ganz normale Angriffe umschwenken, kann es sein, dass diese Insel, auf der wir uns hier gerade befinden, mit den ganzen Truhen, dass, ähm, das Spiel schon erkennt, dass es sich hier um einen, äh, neuen Abschnitt handelt, und uns deshalb hier auch mit, ähm, stärkeren Gegnern um die Ecke kommt, also so rein programmiertechnisch könnte ich mir das fast vorstellen, denn, ähm, die Kämpfe sind ja, auch wenn sie nicht schwer sind, trotzdem schon ein bisschen, äh, herausfordernder als die anderen, äh, ähm, ich würde mir gerne irgendeine Grenze setzen, aber nicht den Rang umswitche, ich weiß aber nicht, äh, ich bin mir so unschlüssig, aber ich glaube, wisst ihr was, ähm, ne, ich mach das, glaub ich, nach diesem Dungeon, ne, ich mach das, wenn die Level 25 erreicht haben, wenn die Level 25 erreicht haben, das ist jetzt meine Grenze, dann, ähm, ähm, oh, Level 4 Glanz 2, ich glaub, das ist eigentlich selbsterklärend, weil Glanz besitzen wir ja auch schon, weiß allerdings nicht mehr, ähm, ja, wie gut das ist, schadet allen Zielen mit Licht und betäubt sie, klingt gar nicht mal so unwertvoll, und ist mit 22 MP auch ziemlich kostspielig, was in der Regel aber auch so ein Indiz dafür darstellt, dass es, ähm, ja, ein ziemlich, äh, guter Zauber ist, so kommst du jetzt nicht raus, oder was? Ah, du willst mich trollen, mein Freund, du wartest, bis ich an der Truhe bin, guck, guck mal, ich bin ganz nah an der Truhe dran, kann ich hier irgendwas machen? Ja, okay, ich meine, einmal haben wir aus so einer Pflanze schon 10 Erfahrungspunkte bekommen, na, willst du mich jetzt überraschen, ich darf mich da nur nicht erschrecken? Nee, okay, das, äh, verwirrt mich jetzt wirklich ein bisschen, erhebt sich wahrscheinlich so aus seinen, äh, abgründen, sobald, äh, ich ihm irgendwie den Rücken zugehe, gedreht hab, oder sobald, äh, wir hier irgendeinen bestimmten Punkt erreicht haben, oder so, zu irgendeiner ganz fiesen Stelle, wird er wahrscheinlich aus dem Erdreich entschwinden. Ja, irgendwie finden wir hier nur Schrott, ich will mal wieder was Cooles finden. So, was ist denn da los? Guck mal, da ist irgend so ein komischer Geist mit so einem, äh, komischen Beutel. Ich glaub den, ach, guck mal, der sieht voll Aladin-mäßig aus. Also, ein bisschen Jafar-mäßig, also, ich denk jetzt an, ähm, die Disney-Ausführung. Aua, was war, hallo, was war denn das gerade? Der heißt Diebsgeist, oh Gott, ich glaub, der klaut mir meine Sachen. Der klaut mir meine Sachen, das find ich gerade, ach so, der hat mir den Rücken geschossen. Ach, der verkrümmelt sich auch gar nicht von, hier kann das sein. Ja, das find ich jetzt gerade irgendwie nicht so toll. Na gut, da muss ich euch wohl einzeln mal eben aus dem Weg räumen. Guck mal, wie erschrocken der guckt. Der hat halt die Kreuzung aus, äh, aus Schreck und Entsetzen. So sah das zumindest gerade für mich aus. Ja, die Gegner, die nerven auf jeden Fall ziemlich in der Fläche, aber die sind auch recht schnell, äh, wieder aus dem Weg geräumt. Aber wenn diese Truhe jetzt von so einem, äh, speziellen Gegner, uch, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen, sorry, wenn, ähm, der, der hat schon diese Truhe bewacht, da wird da vielleicht was richtig Gutes auch drin sein. Ne? Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich spekuliere ja immer auf schöne Zubehörteile, wobei wir eigentlich momentan kaum irgendwas brauchen, um uns das Spiel zu vereinfachen. Eher im Gegenteil, denn es ist ja schon ziemlich pipi-fax-mäßig. So, austricksen kann ich dich, glaube ich, nicht. Wie mir scheint, du drehst dich nämlich immer genau dahin, wo ich gerade, äh, ja, dich überraschen wollte. Finde ich nicht nett, aber auch die Gegner haben natürlich das Recht, aufmerksam zu sein, ne? Da werde ich denen jetzt kein Vorwurf für machen. Gucken wir mal, was die so vertragen, ja. Ey, wehe, ihr klaut mir was. Wehe, ihr klaut mir was. Wenn mir auch nur einer irgendwas klaut, ey, dann laufe ich aber richtig am aus. Das wollt ihr nicht miterleben, aber wir haben es geschafft. Wir haben diesen Gegner eliminiert und werden den Schützengeist auch gleich nachrücken lassen und sind dann im Grunde genommen. Auch schon bei der Truhe. Ich darf nicht vergessen, dass jetzt... Ich habe noch den Erdreif gefunden. Ich habe noch den Erdreif gefunden und mir den nicht angeguckt. Das muss ich gleich machen. Am besten noch, bevor ich die Truhe öffne. Erdreif, Erdreif, Erdreif. Ich hoffe, dass das Erdreif hieß, aber auf jeden Fall hatten wir noch ein Zubehörteil, was ich mir noch nicht genauer angeguckt habe. So, ja, Erdarmreif, genau, so rum war das. Angriff und TP werden erhöht. Oh, das ist mal eine sehr schöne Kombination. Ähm... Ähm, 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 ähm... Joa, ich glaube, das können wir im Grunde genommen sogar Schuh geben. Armreif aus Zauberkristall gibt er dann ab. Hm. Achso, die magische Abwehr geht dann aber runter. Ne, das finde ich dann irgendwie nicht so cool. Dann, äh, kriegt er das Manomaro. Ach, ne, da, guck mal, da geht das auch runter. Na gut, dann kriegt das... Ach, der hat das schon? Haha, wir alle total die special Armreife haben. Na gut, dann bleibt nur noch die gute Klug. Aber warum nicht? Sie profitiert ja auch davon. Sie greift momentan ja auch, äh, recht häufig an. Zaubern ist ja hier nicht so notwendig. Okay, 500 Gold. Können wir hier noch irgendwas Schönes mitnehmen? Wow. Ich hab vergessen zu gucken, wer das braucht. Äh, das war dumm. Das war sehr dumm. Ich geb das mal klug. Keine Ahnung, warum. Hier ist einfach so. So, alle auf Level 16 und am weitesten entfernt ist jetzt im Moment Giro. Also kriegt Giro, 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 die nächste Ladung an Erfahrung, die wir hier womöglich noch ausfindig machen werden. Und ein Mega-Medikament. Ich bin echt gespannt, ob wir hier einen Bosskampf haben werden. Aber irgendwie bin, gehe ich da mal ganz stark von aus. Dieser Dungeon, der stinkt förmlich schon nach Bosskampf, wenn ich das mal so sagen darf. Okay.